Willkommen zu einer weiteren kurzen Folge von Der Schatten des Dämonenfürsten durchgeblättert. Ja, wir wollen hier nur einmal in die kleine Regelerweiterung Geborene Krieger reinschauen, die nochmal einige Optionen für den Kriegerpfad bietet, die dann eben auch auf dem Lehrlingspfad aufbauen. Ja, es gibt von diesen kleinen Heften anscheinend mehrere, also für die Halunken gibt es zum Beispiel noch was, ob jetzt was für Zauberer, Priester oder so noch da ist. Also gibt es vielleicht dann später, jetzt gerade anscheinend noch nicht, zumindest auf Deutsch, werden wir sehen. Okay, ja, hier dann nochmal, ich versuche mal, dass es nicht spiegelt, der kurze kleine Klappentext. Ja, 8 Euro kosten die immer und dann gibt es hier ein ganz kleines Inhaltsverzeichnis. Natürlich werden hier dann einfach die entsprechenden Optionen, Pfade, ja, einmal dargelegt und ja, gibt eine kleine Einleitung. Und dann geht das eben hier los. Da gibt es dann einmal die Bandklinge und dann gibt es hier noch den Barbaren, der geht hier auch noch ein bisschen weiter. Natürlich immer mit allen Stats und so weiter, die dann benötigt werden, klar. Außerdem haben wir hier noch den Grubenkämpfer und auch ein cooles Bild hier noch. Dann haben wir hier noch den Jäger. Auch wieder ein Bild zwischendurch, ein nettes, habe ich eigentlich gar nicht erwartet, dass hier so noch nette, bunte Bilder drin sind. Kostet die auch irgendwie was. Außerdem haben wir noch den Mönch. Dann haben wir hier noch den Schildknappen. Und den Schwertkünstler. Außerdem den Soldaten. Und den Veteranen. Das war, meine ich, aber noch nicht der letzte. Auch wieder ein cooles Bild. Ich glaube, einer kommt noch. Ja, genau, der Verstrecker kommt noch. Ja, auch wieder mit einem weiteren netten Bild. Ja, und auf Seite 28 ist das Ganze dann auch schon zu Ende. Ja, gut. Das war es einmal ganz kurz mit geborenen Krieger. Ich mache dann das mit den Halunken nochmal in einem separaten Video. Und ja, wenn da jetzt noch mehr rauskommen sollte, dann zeige ich das natürlich auch gern nochmal. Okay, dann erstmal soweit und bis denn.